Es war absolut fantastisch für mich mit Robert zu arbeiten. Der Roboter ist sowohl für mich als Physiotherapeut als auch für die Patienten, die mit Robert trainieren, wirklich benutzerfreundlich. Der Entwicklungsprozess von Robert mit der Verbesserung der Bildschirmfunktion, auf dem der Patient den Bewegungspfad nachverfolgen kann, ist wirklich sehr gut. Ebenso können Soundeffekte eingesetzt werden, um den Start und das Ende von einzelnen Wiederholungen sowie der gesamten Übung akustisch darzustellen. Diese Möglichkeiten des Feedbacks sind einfach umgesetzt worden und lassen sich leicht bedienen. Darüber hinaus hat die Anwendung von Robert viel für unser Arbeitsumfeld getan, weil Patienten, Patientinnen mit Robert viele Wiederholungen durchführen können, sodass ich wiederholende Belastungen für meinen Rücken vermeiden kann. Es ist fantastisch, die ganze Dokumentationsarbeit für den Patienten erledigen zu können, während der Patient mit Robert trainiert. Ich habe für die Anwendung von Robert positives Feedback von den Patienten erhalten. Sie finden es großartig, mit Robert zusammenzuarbeiten. Die Patienten finden Robert spannend, da es visuell viel zu erleben gibt. Am Ende können Sie Ihre aktuellen Ergebnisse ablesen, um sie sofort mit Ihren früheren Ergebnissen zu vergleichen. Sie können sehen, wie sich Ihr Zustand seit der letzten Trainingseinheit verbessert hat. Das motiviert Sie und Sie freuen sich wieder auf das Training mit Robert.